Jo, alle Leute und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte mich ganz kurz bei euch entschuldigen, dass momentan zu wenig Videos kommen, aber ich habe einfach wenig Zeit wegen meinen Prüfungen, also hoffe ich, dass ihr das irgendwie versteht. Trotzdem habe ich heute was Neues für euch am Start, Leute, und zwar wollen wir heute mal YouTuber am Skin erraten. Und mit dabei habe ich heute einfach mal den lieben Phoenix, denn der war in der letzten Folge auch mit dabei und die kam mega gut an, Leute. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal ein Like dalassen würdet, wenn ihr einfach Bock auf das Video habt. Für alle Leute von euch, die noch Clash of Clans hocken, die können gerne unseren Clan beitreten, denn der heißt bluejeti.net und ist auch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. Jo, Leute und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich keinen geringeren mit dabei als den lieben Julian John Cena. Wir haben uns heute was Neues überlegt, und zwar wollen wir heute keinen YouTuber am Intro erraten oder keine Skymos Challenge machen, sondern wollen wir heute YouTuber am Skin erraten. Und ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen werden. Wir haben uns jeweils fünf Skins rausgesucht, die wir uns gleich gegenseitig zeigen werden. Ich bin echt gespannt, ob wir das schaffen. Julian, bist du bereit dazu? Ich bin auf jeden Fall bereit. Und was ihr noch sagen müsst, und zwar gibt es auf dem Phoenix-Kanal auch eine zweite Folge. Und zwar schaut euch die unbedingt an, die habe ich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. So, ich schicke dir jetzt mal den ersten Skin und ich bin gespannt, ob du den errätst. Welcher YouTuber kann das sein? Ich glaube, den kennst du auf jeden Fall. Ja, das Blazecraft. Oh, der erste Punkt. Und dann würde ich sagen, schicke ich dir einfach den zweiten Skin, beziehungsweise deinen ersten. Ja, der zweite Skin könnte ein alter Skin sein, aber es ist trotzdem ein Skin. Ich weiß nicht, welcher Skin. Auf jeden Fall ein Skin von Minus-Dude. Jawohl. Das ist der Aktuelle. Den benutzt du zur Zeit. Echt? Oh, das wusste ich gar nicht. Kommen wir direkt zu dem dritten Skin. Und ich bin ja mal gespannt, ob du diesen Skin erkennst. Ich bin auch sowas von gespannt. Ich musste selber auch schauen, weil ich hab den auch gar nicht so wirklich erkennen können. Oh, wie ist das denn, Alter? Der ist halt echt schwer. Holy shit. Du kennst den YouTuber auf jeden Fall. Ist das ein Mr. More Game? Ja! Das ist der Skin, den er bei Piro benutzt, ne? Als ob du den erraten hast. Okay, weil dann nehme ich passend den nächsten Skin und schicke dir den. Ja, das ist der neue Skin von Ungespielt, von seinem Piro-Projekt. Nice. Direkt auf den neuesten Summlern über YouTube gesehen. Dann kommt jetzt der vierte Skin für dich. Welcher YouTuber kann das sein? Oh, das ist so Draku. Der war ja mega einfach. Aber der war gut, ne? Der war gut. Der war gut, ja. Okay, also der Skin sieht echt schwer aus. Ich muss ehrlich sagen, so ein blaues Hemd. Du kennst ihn 100%ig. Du kennst ihn 100%ig, das weiß ich. Also vom Gesicht her würde ich sagen, könnte das Lenny Games sein. Jawohl. Wenn nicht echt? Ohne Witz? Ja, ja. Das ist Lenny Games? Ja. Niemals. Doch. Ich habe nämlich auch gerade einen Skin von Lenny Games rausgesucht und der sah ganz anders aus. Er sah wirklich ganz anders aus. Nice, ey. Ja, irgendwie merkt man sich das trotzdem, ne? Ist echt krass. Dann kommt jetzt der sechste Skin. Aber wir schauen mal, ob er das herausfindet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lol. Okay, das ist Phasen. Ja, okay. Das war auch ein bisschen einfach. Okay, ja. Ich kann dir auch sagen, warum ich das so genau weiß. Denn hier kommt der siebte Skin. Und der siebte Skin ist Phasen. Ich habe einfach genau den gleichen. Geil. Kommen wir jetzt zum vorletzten Skin. Und zwar ist der ein bisschen schwieriger. Aber ich hoffe immer, dass Julian ihn erkennen wird. Mal schauen. Ich glaube nicht. Aber wir schauen einfach mal, ob du den Skin erricht. Ich hoffe. Was ist das für ein Skin? Das habe ich mir auch gesagt. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Okay, da hast du echt einen schwierigen rausgesucht. Aber du kennst den YouTuber auf jeden Fall. Also ich habe den Skin auf jeden Fall hundertprozentig mal gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, von welchem YouTuber das ist. Okay. Dieser Skin, den du nicht erraten hast, der gehört zu Kleinmods. Ah. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem letzten Skin. Und ich hoffe mal, dass Lars ihn auch nicht erredet. Sonst habe ich diese Runde verloren. Okay, ich schaue den Skin mal an. Aber ich glaube, der ist zu einfach. Ich glaube, den erredst du. Oh. Das ist, glaube ich, der bekannteste Skin. Denn das ist der liebe Gronkh, richtig? Vor allem an diesem PK. Ja, deswegen. Ich hätte den wahrscheinlich als erstes nehmen müssen. Und irgendwas anderes. Na gut, hast du mal wieder gewonnen. Das war es auf jeden Fall auch mit dem Video, Leute. Und ich hoffe, euch hat die Challenge gefallen. Schaut auf jeden Fall auch in der zweiten Folge vorbei. Denn die haben wir auf den Kanal von Phoenix hochgeladen. Die ist nämlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und da würde ich sagen, lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.